Heute kommt jetzt endlich nach ein Jahr und zwei Monaten der schönes Timingflügel zurück, der bei uns in der Werkstatt zur Überholung war. Und wir freuen uns natürlich, das Ergebnis jetzt gleich mal präsentieren zu können. Ich bin total gespannt, wie es geworden ist und freue mich einfach unglaublich, dass der Flügel wieder hier ist, nachdem er so viele Jahrzehnte rumgestanden hat und jetzt wieder zur Geltung kommt. Musik 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 Ich freue mich so unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass aus dem alten, fast schrottreifen Dingen so ein wunderschönes Instrument wieder wird. Ich bin wirklich völlig sprachlos. Ich freue mich sehr, dass er wieder hier ist. Ich kann mich nur bedanken, dass wir so ein schönes Instrument hier stehen haben. Musik 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 Musik